mit Frauen, Front zu Front zu treffen und sie für die Frontverwaltung zu begeistern, als nur Bomben zu stehen. Es ist doch ein Feier für alle, die etwas gemacht haben. Es sind so viele, die etwas mitgearbeitet haben in Linz oder Oberösterreich. Und jetzt möchte ich die Wienerin... Ja, es ist auch schließlich. Es ist auch da, aber da... Bei der Erziehung, der Ahmuth-Bekäpfung und auch die Bürgerinnen und Bürger. Aber das ist für mich eine Überraschung, von einem rein fast religiösen Bereich, fast konservativen, obwohl ich glaube, wir werden mehr als Feministin, aber in Wirklichkeit, jetzt ist es anders. Aber wir sind trotzdem sehr aktiv, was konkret ist. In ganz vielen Schulen sind gegründet worden, auch in Afrika. Und von unserer ehemaligen Japanerin, die in allen Ländern eingesetzt war. Und sie haben tatsächlich Schule gegründet, sie haben wirklich sehr viel getan. Wir sind dann, was vielleicht spirituell oder geäußert, was sehr kompletter und sehr effektiver NGO geworden ist. Das ist auch der Schatz, aber das heißt Ur-Aktivität. Bis es soweit ist, könnt ihr mich verstehen? Ja, ja, ja. Ganz herzlich Dankeschön, dass ihr uns willkommen heißt aus Wien, dass wir zu euch kommen dürfen. So, eine so große Runde. In Wien, wenn wir so eine große Runde zusammen haben, so müssen wir viel schwitzen. Und heute haben wir gar nicht geschwitzt. Danke, dass wir zu euch kommen dürfen. Und wir kommen immer gern nach Oberösterreich. Und ganz besonders steht neben mir unsichtbar die Maya. Ganz, ganz liebe Grüße von der Maya. Weil sie hätte auf jeden Fall verdient und sich auch sehr gewünscht, hier zu sein. Maria Rehl, Dr. Maria Rehl und irgendein dieser Namen, ich weiß, ich kenne sie fast alles. Sie hat jetzt, die älteste Tochter hat das dritte Kind bekommen am 23. Dezember, ein Mädchen. Und der Schwiegersohn ist Arzt und hat Nachtdienst, so was macht sie Oma. Sie hilft der Tochter mit den Enkelkindern, wenn der Schwiegersohn nicht da ist. So hat sie natürlich in Verantwortung erhalten. Immer wieder in Schacht. Zuerst die eigenen Kinder, dann die Enkelkinder. Sie hat ihre Praxis ihrer ältesten Tochter übergeben und sie hat ein ganzes Jahr jetzt auf die Enkelkinder geschaut. Also ihr Schedule war fast ähnlich wie vorher. Aber sie ist doch für die gleiche Zeit, wo er seine Praxis gemacht hat. Ich möchte auch einen kleinen Side-Step machen. Ist die Marion noch da? Ja, da ist sie. Und zwar, weil sie haben heute schon einmal angeschnitten, dass sie an Medien. Wir Frauen sind immer ein bisschen hinterher. Ich möchte ein paar Punkte, aber nicht ungenannt, sagen. Das Erste, es haben uns so viele Männer geholfen. Die Brüder haben uns immer geholfen. Die waren unsere ersten Sekretäre. Also Eckert war das. Der Kliemann Florian hat uns geholfen. Manfred Mayer in Wien. Er war Sekretär in Wien. Und ich konnte mit allen Sachen kommen, weil ich habe lange gebraucht, bis ich irgendetwas mit den Medien anfangen konnte, bis ich Computer kurz gemacht habe. Und das andere ist, wir haben angefangen mit kleinen Borschüren. Ich habe jetzt keine mitgepasst. Vielleicht hat die Therese noch irgendwo versteckt. So ein Fünfheftchen. Das waren unsere Informationsplätze der Frau-Infektion. Eine kleine Zeitung. Da haben wir unsere Artikel und unsere Gerichte abgedruckt. Und dann hat die Schwester gesagt, die Elvira Ebinger, noch ein Punkt. Sie hat gesagt, das sehen wir an Renate, ich kann nicht mehr. Sie hat das sehr liebevoll gemacht mit der Unterstützung ihres Mannes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist aus mit den Zeitungen. Was machen wir jetzt? Und dann kam eine ganz inspirierte Frau auf mich zu, die Marion Etl, und sagt sie, Renate, wir brauchen eine Homepage. Die Frauen-Federation braucht eine Homepage. Ich würde gerne eine Homepage. Keine Ahnung, von ihrem Weg was ist. Und ich weiß nicht, wie oft Marion, ich glaube, achtmal, zehnmal, habe ich meine Kinder geschnappt. Um sechs in der frühen Zuge eingestiegen und habe den Tag mit Malen verbracht. Meine Kinder haben Kraft gespüßt mit ihrer Tochter. Also Kinder sind immer brav und das Gescheiteste ist nicht. Es hat immer funktioniert. Ich war sehr dankbar, es hat immer funktioniert. Ich habe Mädchen. Und Mädchen haben sich mit Zeichnen sehr gut beschäftigen können. Also im Zug, Zeichenstifte und was zum Anmalen. Und das hat gepasst. Und wir haben die Homepage aufgebaut. Die erste alte Homepage irgendwo. Vielleicht ist sie noch zu sehen. Ich weiß es gar nicht. Und nach sechs, sieben Jahren hat es dann die Lige Gundaker übernommen und hat das modernisiert. Und inzwischen hat das Lige Gundakers Sohn. Der Christoph Gundaker ist unsere Homepage-Betreuer. Also? Und mühsam lerne ich das ein bisschen. Aber es wird mir helfen die Amelia. Amelia Schnorr ist die Frau von Mare Griel. Also Schwiegertochter von Maya. Und sie hat mir besprochen, im neuen Jahr, sie wird sie uns helfen mit der Homepage. Also ich bin sehr, sehr froh, weil ich bin ein Mensch. Ich bin gerne mit Menschen. Und die Technik ist nicht meine Stärke. Muss es auch nicht sein, weil es gibt andere, die das gerne machen. Und junge Leute machen das mit viel Schwung. Und denken, okay, so leicht ist das jetzt für mich. Das ist eine schwierige Schwitze. Das wollte ich wirklich auch erwähnen. Und auch Lynn Bauer, die heute nicht hier ist, sie hilft uns mit Facebook. Kann man auch nicht mehr vergessen. Obwohl, ich vergesse immer noch auf Facebook. Und sie hat mir auch sehr geholfen, weil sie sehr kreativ ist, mit Computergrafik. Sie hat sich da Pocano gekauft und hat mir eine schöne Weihnachtskarte gemacht mit Frauen-Federation-Logo auf der Weihnachtskarte drauf, dass ich mit ihnen verschicken konnte. Also ich war ihnen sehr dankbar, weil wir haben sehr, sehr viele Freunde auf allen Ebenen. Und das war eine elegante Weihnachtskarte. Die konnte ich mit ein paar Worten dann an alle unsere Gäste schicken. Und dann melden sie sich. Irgendwann dann vor Weihnachten schaltet man den Computer aus. Sonst geht das eh nur so weiter. Ja, ich möchte wirklich auch dazu sagen, dass die kleine Arbeit, oder die eben die Arbeit, die überall geleistet wird, das ist gut, arbeitet immer mit Fundamenten. Also wenn etwas geschieht, auf einer größeren Ebene dann deswegen, weil unsere kleine Arbeit, die Arbeit, die so im kleinen Rahmen, ich will das klein, das Wort gefällt mir gar nicht. Aber die Arbeit, die wir machen, in den kleinen Runden, am Land, überall, dann ist das der Segen für das, dass wir die Sachen richtig machen. Und dass wir zusammenarbeiten. Ich habe immer nur erlebt, es geht nur um Zusammenarbeit. Und dass auch die UNO in Wien ist sozusagen das Höchste. Ich meine, es ist unglaublich, weil das ist internationaler Boden. In einer Stadt, ich lebe dort, ich lebe dort, ihr lebt nicht weit weg davon. Es gibt digitale Länder, da gibt es die ein UNO im Land haben und internationales Feld im Land haben. Sind das vier Länder auf der Welt. So, ich bin unendlich dankbar, weil mit Pensionen kann man nicht so viel reisen. Ich brauche nicht viel reisen, weil ich treffe alle Menschen in Wien. Und man kann dort sehr, sehr viel tun. Deswegen auch unsere Freundinnen aus Kenia, die glauben wir auch in Wien zusammen, Freundinnen aus allen Kulturs. Und jetzt möchte ich auch noch sagen, dass die UNO-Arbeit wirklich auch ein Kind von Elisabeth Riedl ist. Ich hätte gedacht, Klaus hat es vorgehabt zu kommen. Klaus Riedl. Elisabeth Riedl ist Anfang des Jahres in die geistige Welt gegangen und hat davor, bis zehn Tage, bevor sie hinübergegangen ist, unsere Konferenzorganisation, die größere Konferenz, die wir heute am Jahresanfang gehabt haben über FGM. Und auch Elvira Ebinger ist in Jena in die geistige Welt gegangen. Sehr überraschend. Wirklich sehr überraschend. Es hat uns viel beschäftigt, es hat uns sehr getroffen, weil es sind unsere Freundinnen und wir haben mit der physischen Welt mit ihm zusammengearbeitet. Und ich merke nur, wenn ich mir sage, Elisabeth, wie hast du das gemacht mit dieser UNO? Weil jetzt müssen wir, es ist immer, ich bin immer froh, von hinten arbeiten zu dürfen und jetzt, okay, wir müssen schauen, wie hast du das gemacht oder wie geht es jetzt weiter? Und wir sehen, die nächsten Schritte, sie kommen. Wir schaffen das weiter auch. Es ändert sich immer wieder, etwas muss man wieder einen neuen Weg finden. Das wollte ich einfach auch noch sagen. und inzwischen wiedergefunden. Das war unser erstes Wunder, als ich glaube, viele von euch waren da, das war eine Konferenz, am Gründonnerstag 2013. Gründonnerstag ist das, wo eigentlich viele auf Urlaub fahren, wo viele Osturlaub machen, Karwoche ist. Wie die Maya, ich habe zu Hause geschwitzt, wie schaffen wir das an die UNO? Elisabeth Redl in Salzburg, es war interessant, wir haben oft wirklich fast gleichzeitig die gleichen Inspirationen gehabt. Elisabeth, ich hätte jede. Ja, Renate, ich habe genau die gleiche Idee. Oder umgekehrt. Ja, die müssen wir fragen. Ich habe einfach dann nur durch telefoniert, bis zu den Herren, Neyron, Sekehra, den wir fragen müssen, um einen Raum, oder so einer? Und das war so interessant, was ich dann erlebt habe. Dann habe ich diesen Herrn geschrieben, in einem, die Lady wird jetzt lachen, und sie darf lachen, wirklich laut. Ich habe in Englisch geschrieben, natürlich einen schönen Brief. Und wir haben leider uns erklärt, dass wir sehr gerne einen Raum hätten für eine Konferenz für 50 Personen, zum Thema eben Frauen, Frauen im Liederschiff, Rolle der Frauen der Gesellschaft. Was passiert? Der Brief kommt zurück. Ich hoffe an, ja, die Immunadresse stimmt, der Brief kommt zurück. Das sind geistige Sachen, die passieren immer, weil Gott uns erzieht. Gott hat uns so lieb und er erzieht uns. Letztens, nichtens. in die Sackgassen laufen. Dann habe ich das Elisabeth in die gesagt, und dazu hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Elisabeth hat geschimpft. Sagt sie, Renate, kannst du das machen? Das ist ja meine Aufgabe, denn sie war Direktorin für unsere UNO-Arbeit, das Immunadresse. Okay. Dann steigst du im Brief. Aber ich habe gesagt, Elisabeth, sie war oft in Wien und ich habe nicht gewusst. Elisabeth, bitte, in Zukunft, und wenn du nach Wien kommst und an der UNO jemanden besuchst, sag uns Bescheid, wir können gemeinsam gehen, weil ich weiß, Gemeinsamkeit ist einfach der Schlüssel. Und sie hat gesagt, okay, das hat von da an funktioniert. Sie hat sich immer gemeldet, wenn sie in Wien war und sie hat gesagt, ich schreibe den Brief und ich schicke ihn dir und du darfst ihn lesen, bevor ich ihn weiter schicke. Das war natürlich viel besser. Keine Frage. In Schussburg. Aber wir haben uns vorgearbeitet. Wir haben uns vorgearbeitet. Und wir haben tatsächlich, und dann Elisabeth ist mit Maya gegangen zu den Herrn Sekirer, einen Raum bestellen. Und sie haben tatsächlich, sie sind da rumgeschwirt und sie haben plötzlich getroffen. Ja, 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 sie können jedes Monat einen Raum haben für eine kleine Besprechung. Sie brauchen sich nur melden. Also für so einen kleinen großen Tisch. Und, ja, ja, für die Konferenz. Ja, ja, 50 Leute in euch gehen und gleich den Saal. Das haben 150 Platz. Okay, ich kann nicht in Stress geraten, weil ich mir immer denke, wir wollen nur kleine Runden, wenn das was bringt. Menschen, die man sieht, mit denen man redet, mit denen man die Hand gibt, das hat mehr Substanz als hunderte Leute, die man nicht getroffen hat. Macht es. Es waren viele von euch da. Es ist eine sehr gute Konferenz geworden und danach haben wir das war diese Konferenz in Zusammenarbeit. Wir haben dann Taten, die Elternwerkstatt, die Marie Neuberger Schmidt, ich glaube, ich kenne sie auch. Sie war immer bereit, ihr Logo dazu zu geben und sie hat uns sehr viel unterstützt und akkurriert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.